Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und ich freue mich sehr, heute in dieser Podcast-Folge über ein echtes Herzensprojekt zu sprechen. Und dieses Herzensprojekt entwickeln wir schon seit, ja, weiß ich gar nicht, seit über einem Jahr, also seit vielen, vielen Monaten, gefühlt noch länger. Vielleicht kennt ihr das. Irgendwann hast du irgendwie so eine Idee, so eine Skizze ist im Kopf, alles ist irgendwie diffus. Aber irgendwie beschleicht dich so ein inneres Gefühl von wegen, hey, das muss es irgendwann mal auf die Welt schaffen. Und genau so ist es jetzt und deswegen freue ich mich heute hier in dieser Podcast-Folge darüber erzählen zu dürfen. Und damit das alles noch so ein bisschen mehr Spannung bekommt, machen wir eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Yes, heute ist es soweit. Heute kann ich euch davon erzählen, es hat endlich den Reifegrad, den es braucht, um in die Öffentlichkeit getragen zu werden. Ich spreche von unserem Projekt, was wir seit vielen Monaten entwickelt haben und was noch viel größer werden wird in der Zukunft. Und es handelt sich um die Genius Alliance University. Wir haben uns nämlich überlegt und auch viele von euch kennenlernen dürfen, viele Gründer und Gründerinnen kennenlernen können, die innovative Geschäftskonzepte haben, die sie mit ganzer Leidenschaft Tag für Tag beatmen. Und wir haben uns überlegt, wie cool wäre das, wenn wir ein Förderprogramm hätten, wenn wir einen Ort hätten, an dem es möglich wäre, die Informationen abzuholen oder auch den Austausch zu ermöglichen, den wir gerade in den Gründungsphasen, wir haben ja mehrere Phasen in einer Gründung, brauchen, um erfolgreich wachsen zu können. Und genau das soll die Genius Alliance University leisten, denn wir haben dort den Content, den wir seit vielen Jahren aufgebaut haben. Wir haben, also ob das Videos sind, Audios sind, Ratgeber sind, irgendwelche Checklisten sind, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tutorials und so weiter und so fort. Genau diesen Content wollen wir auf die Plattform nach und nach laden und kostenfrei zur Verfügung stellen. Also unser Ziel ist es, 99% unserer Inhalte auf dieser Plattform zu veröffentlichen und damit Startups, Gründerinnen und Gründern zu helfen, dass sie mit diesen Informationen einfach aus eigener Kraft einen Schritt weiter in die richtige Richtung kommen. Und wir haben die ganze Zeit nach einem Tool gesucht und auch viele Prozesse ausprobiert. Das war natürlich entsprechend aufwendig, wie setzen wir das Ganze technisch um. Und wir hatten dann aus der Community, aus dem Lions Circle von Genius Alliance den entscheidenden Tipp bekommen. Danke Jakob an dieser Stelle. Er ist ja mein immer wiederkehrender, mittlerweile Stammgast hier in diesem Podcast. Und er hat uns einen tollen Tipp gegeben und zwar Mighty Networks, die ermöglichen es uns in dem Fall oder auch euch, wenn ihr das nutzen wollt, schaut gerne mal in die Show Notes, wir verlinken das. Das ist übrigens kein Werbepartner hier von uns, sondern wirklich ein tolles Tool, mit dem man so eine Plattform aufbauen kann und vor allem, das war uns eben wichtig, auch auf mobile Endgeräte bringen kann. Also dass man nicht ständig irgendwie vorm Rechner sitzen muss, sondern im Grunde die Genius Alliance University in der Hosentasche hat. Also immer mit dabei, alle Inhalte, die ich vorhin angesprochen habe. Und natürlich, und das war uns eben auch noch wichtig, neben den Inhalten auch noch den Dialog zu fördern. Den Dialog unter Gründern, ich weiß es selber, damals als ich gegründet habe, war es mir total wichtig, mit anderen Gründern oder in der Startup-Szene generell einfach einen Austausch zu haben. Und darüber hinaus natürlich auch den Dialog und den Austausch mit erfahrenen Unternehmern zu haben, mit Mentoren zu haben, mit Coaches zu haben. Und genau das hat uns die Plattform, also Mighty Networks, ermöglicht, von den Funktionalitäten her abzubilden. Und eben auch, und deswegen auch ein großes Dankeschön an unsere Mentoren, die uns begleiten, die uns unterstützen und tatkräftig in den letzten Monaten sich da voll reingehängt haben mit uns, ohne die das alles nicht möglich wäre. Also ihr könnt hier beim Wachsen tatsächlich zuschauen. Wir haben ganz bewusst ein Momentum gewählt, in dem ihr in der Anfangsphase dabei sein könnt, sehen könnt, wie wir das machen, inklusive aller Fehler, die wir damit machen. Und werden das jetzt, wie gesagt, sukzessive weiter aufbauen und die entsprechenden Inhalte freischalten. Das Coole ist, du kannst wirklich aktiv mitmachen. Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, du schreibst gerne mal einen Fachartikel zu deinem Thema, dann kannst du das mit auf die Plattform stellen. Oder du hast irgendwelche Ideen oder irgendwelche Empfehlungen. Dann immer her damit. Wir haben übrigens auch ein Team gegründet, die Genius Angels haben wir die genannt, die euch dann auf der Plattform helfen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Inhalte sucht oder zu den Funktionalitäten irgendwelche Sachen zu klären sind. Dann wendet euch gern an die Genius Angels, die wir jetzt auch eben nach und nach mit auf die Plattform, auf der Plattform vom Blattab freischalten. Genau. Und hier noch ein kleiner Aufruf, wenn du Lust hast, an unserem Bonusprogramm mitzumachen. Es gibt so einen Bronze-Silber-Gold-Status, je nachdem, wie viele andere Gründer und Gründerinnen du mit deiner Empfehlung auf die Plattform gebracht hast. Wie gesagt, alles kostenfrei. Also gerne weiterempfehlen, weil ich glaube, umso mehr Leute mitmachen, umso mehr Erfahrungsaustausch haben wir, umso schneller ist jeder Einzelne auch mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung, seinem Service auf dem Markt. So, das ist unsere Mission Grow by Lifting Others. Ich freue mich, das heute hier mit euch in dieser Podcast-Folge teilen zu dürfen und freue mich natürlich auch, wenn wir uns sehen in der Jeans Alliance University. Ich freue mich, das heute hier mit euch in dieser Podcast-Folge.